willkommen zurück meine zucker und zuckerinchen bei seven bei call of duty nicht seven days das wäre ja meine top grafik jetzt eben call of duty sind wir wir machen ein bisschen kürzere sessions jetzt sicher ja damit damit verschiedene sachen immer gezeigt werden und so weiter nicht so lange eben da müssen wir mal gucken ja wo wir lang kommen da haben wir doch bestimmt das ist eine sniper welt hier schön alles offen da werden wir wo nicht reißen macht dann was hier jemand werden der sniper ist ja nicht so mal eins sage ich mal also müssen wir hier runter mit gehen dass man dann einfach mal mit reinhalten ja einfach stumpf reinhalten ja wir sind für vorstub sorgen also sind sie schon durch hallo wo kommst du denn her na wo seid ihr hier ja von den kommen sie ja weil sie auch da ist ja kommen aber gleich weiter hin dass sie nicht durchstoßen ja bleibt doch mal da stehen er idiot bisschen zu langsam gewesen ja wird er nicht mehr da unten sind wir sind auch schon da jetzt na haben sie sich zurückgezogen oder was möchte ich mal sehen er durch nebel durchgeschossen naja deswegen die runde wird jetzt hier noch nicht so so gut verlaufen dann probieren wir uns dann doch hier immer noch mal mit mal ein bisschen ja ja warum bricht der linke vielleicht nicht getroffen habe oder was ach da schade ja tot war so klar gewesen gibt es ja hier ja ich habe gedacht da kommt einer raus gesprungen oh dann treffe ich den noch nicht mal ey ich bin noch mal eng äh ich bin noch nicht mal ich bin ja schlechtest damit ey hallo kommt der denn da jetzt oder was vorsicht ich habe zumindest mal ähnlichkeit oder nee zwei kitchen würde schon sagen Upsala. Gucken hier, ey, doch noch hier kriegt, ey, jetzt schade, nein doch mal, hier geht, ja, schnell vorgebrannt, Rutschgerasch, das ist ja auch richtig so, achso, hier will ich ja eigentlich ja auch nicht hin, ich will aber zu meinem schönen Spielplatz hier, ey. Bom, bom, oh, früher, ey, war schön gehört, ey, ein bisschen auf dem Präsentierteller da hier stehen, ist auch verständlich, denn. Hallo. Kurz mal runter gehen hier, meine Lieblingsecke. Habe ich da irgendwo was nicht gesehen? Ach, dahinter hier, hangen, ey, ist aber ja auch nicht, ey. Na, wahrscheinlich überhaupt ja auch nicht steht, hoffen, ja. Das ist doch meistens bei mir so, ey. Hoppala. Oh, wir sind getroffen. Wir müssen ja mal gar nicht einfach mal hier halten. Ich nix hier sehen. Einfach mal hier blind, einfach mal werfen. Vielleicht trifft man ja mal was. Ja, schade. Aber ich wurde ja hier recht zum Glück, ey. Mal gucken, ey. Ja, bom, 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 ey, schön Sinn, ey, ey. Erstmal kurz rein gehalten hier, ey. Feuerschutz, nein, bitte, jetzt schießt sie auch keiner, ey. Jetzt sehen wir hier ja nicht mehr, ey. Oh, ja, ja, war ja klar. War ja klar. Oh, ein paar sind jetzt schon raus. Wir haben den Kriegfach bereit, Kameraden. Na, scheiße, ja, klar, war ja logisch gewesen. War ja logisch gewesen, wie steht's denn? 9 zu 14, naja. Aber für die erste Runde heute Antara. Nee, das doch. Ja, Granate mal hingeschmeißen. Na, scheiße, gleich zwei auf einmal, drei auf einmal. Na, können wir hier nochmal einfach mal irgendwo mitten reingeschmissen hier. Ja. Na, ja, 9 zu 15. Oder wir machen einfach 10 Minuten Games draus. Das wird, denke ich, mal auch gehen. Also, bis zum nächsten Mal, dann. Tschaui.